Hallo und herzlich willkommen hier zurück bei StalkerClearSky Ich weiß jetzt nicht, ob man es so deutlich hört, aber ich bin noch immer etwas verschnupft Ich hoffe, dass es nicht allzu störend ist Und ja, wir haben im letzten Teil ja hier die Kirche eingenommen Und wir sind hier Was ist das? Ich habe eine Gasmaske der Trauer in den Toten Okay, ich will sagen Wir gehen da mal hin Sicher die Straße abgewandert, Bauernhof, wo? Naja, egal Friedhof? Ja, und es wurde gefragt, warum ich die Shotgun genommen habe Weil ja Auf Nahdistanz ist der sowieso besser, weiß man ja Und Ja Ich habe halt Wie man sieht, wenn ich die AK nehme, nur 30 Schuss Ich habe nur ein Magazin dafür Und Bis ich nicht mehr habe Würde ich sagen Dass wir erst mal wieder Shotgun bleiben Außer wir müssen jetzt wirklich jemanden abknallen, der weit weg ist Aber da kann man ja immer noch die Pistole nennen Auch wenn die Reichweite von der jetzt auch nicht so überwältigend ist Und da ist schon die Gasmaske Äh Hallo Ach so Äh Schießen die auf mich? Äh Ja, Medikit und Wodka Auf jeden Fall Ja, schade Und wer zum Teufel ballert da hinten rum? Ich glaube, wir haben sie alle erfüllt Wir haben sie in Stücke gerissen Und ja Äh Das ist einer verbündete Bei den letzten Teilen habe ich, äh Ja, ich habe überhaupt nicht dran gedacht, die Auflösung Richtig einzustellen, aber einfach drauf losgezockt Und ja, das ist jetzt Hoffentlich besser, also Man sieht ja, dass es besser ist Ja Hört auch aus So Hat der noch aber Ja Vantage Und das ist halt Immer nur Pistole Munition Und ja, die AK Munition ist am Anfang Nicht so häufig vorhanden, sagen wir es mal so Aber Ich bin so oft im Kreis gesehen, ich weiß gar nicht mehr, wo ich hin soll Hier Gibt es hier was? Oh, yo Oh, gleich zwei übereinander Und jetzt wieder nur Pistolen und Shotgun Muni, wie gesagt Also man sieht es ja auch Oh, Essen So eine Touristenfrischung Ein Touristenfrischung Und der goldene Pfeil zeigt nach Und die laufen auch Ja komm, wir laufen einfach mal den hinterher Oh, ups Das sind noch weitere hier an den Dinger, das Was ist das? Das wird schon fein, dass ich auch meine Tasche Ach, woher Äh, ja Mann, das langweilt mich langsam Hört das denn nie auf? Nö Nö, das ist jeden Tag hier so Ich bin auf jeden Fall mit dem Hanseln, aber machen wir es nicht Hahaha Wie heißt der denn? Ah, oh Sorry, Leute Ich muss mal kurz da hinten hin Zu dem Felsspalt Hallo? Ah, da Oh Die Strahlen Spritze und Wodka Und wo seid ihr jetzt hin? Hallo? Ach, da vorne Alles easy peasy Und jetzt gibt es richtig fette Wallerei Da hinten ist noch was Ich bin mir nicht so sicher, ob wir Ja, ja Ja, hey Dreh dich um Bin doch hier Ich lauf hier mal lang Bist du eingeschlafen? Wir warten hier auf dich Ich sollte wirklich mal die AK nehmen, ja recht Oder du Wer das geschrieben hat Und jetzt, komm her Jo, oh Wo schwimmt die so her? Spray mal so drauf So, jetzt ist Sie leer Oh Ups, ey Ich hol hier Alle Oh, weg Äh, ja Au, au Okay, wir bluten Ach, da Ich seh dich Oh Oh, mein Headshot Ja, was? Ey, ohne Spaß Jetzt Voll auf die Zwölfen Oh Und wir sind am Arsch Da hätte sich wohl jemand zwischendurch mal ein Medipack gönnen müssen Oh, fuck Ja, äh Ja Ja Dann rassen wir mal wieder hier durch Und dann spielen wir das ganze nochmal, jawoll Aber diesmal bitte mit mehr Professionalität. Lauft ihr los? Ich halte das nicht mehr aus. Ja, die laufen los. Hört das denn nie auf? Wo lauft ihr los? Die laufen einfach querfeldein. Scheißegal. Wo ist das mit dem Felsspalt? Bleib da, wo ihr seid. Was ist jetzt weg, oder was? Wo versteckt ihr Kleinscheiß los? Oh! Was ist das? Ah, doppen! So! Das war's mit der heimlichen Tuerei! Ja! Oh! OO gar nicht gut diesmal verbinden uns aber nicht mehr Brot Blut immer noch erstmal Brot essen aufzubluten unten bleiben und warten ich glaube wir haben sie alle erwischt wir Blut immer noch und wir nehmen mal ein wenig jetzt so da fühlt man sich doch gleich besser wir müssen das nächste Mal einfach speichern das ist die perfekte Lösung so so hier mit dem medikit wo liegt seine knarre da drüben ich hoffe ich habe nichts übersehen da hoch können wir mal gehen da waren wir vorliegen da OO zum Glück sind wir gestorben da seht ihr mal und hier ist nichts warum springst du denn auch runter und wir bluten weil wir runter gefallen sind wo sind wir denn drauf gefallen auf Himmels Willen da ja also mit Felschwald ist weg ja super hey da hat Stress angefangen ja das ist natürlich jetzt etwas unpraktisch Läuft schneller oder die Blutsauger werden an euch knabbern ja ja ich renne da hier war das doch oder da aber da ist nichts drin die wollen uns verarschen die wollen uns die wollen uns vorsätzlich verarschen dann rushen wir mal schnell da drüben hin ja komm renn doch mal so hier Kiste beim Turm war das doch das ist die kleine Kiste hallo hä ah aha und wieder nur Shotgun-Modi so und bevor ich jetzt dahingehe mit meinem Trupp würde ich sagen speichern wir einfach mal speichern äh ja 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 so fertig das war doch ganz einfach warum nicht gleich so oh da braucht es schon Brücken verdammt sie haben uns entdeckt ich könnte schon wieder ausrasten sie sagen immer sie haben uns entdeckt aber sie haben euch entdeckt jungs nicht immer nicht bin ja nicht mal da also gleich aber vor ich war freundlich dann 14 16 leute ich will mich jetzt mal irgendwie von hinten anschleichen ob das geht ob das klappt ob das Wirkung zeigt man weiß es nicht aber gleich ich wette mit euch dass ihr irgendwo einer rumgammelt und ah ah ich weiß es hier weil keiner da oh 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 warum und die haben jetzt im 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 komisch komisch, komisch, komisch ak erstmal nehme ich meine AK aus dem Wandschrank und die Ballantruppe 3,4 Leute gegen 16, die sind uns zu vierfachen überzahlen das ist doch da stand da noch einer ist doch witzig die lachen sich kaputt über uns und jetzt hier warum warum wir lassen uns nicht unterfügen wir brauchen eine andere taktik wir brauchen ich möchte auch nicht wir brauchen überraschungsmoment da zum beispiel so ein rücken geschossen jawoll da hinten auch einer fertig was wert ich habe doch gerade verwendet kann sich offen niemand mehr verlassen also das bringt wer hat geklemmt so fertig ich kann nichts dafür das ist alles ihre schuld wir haben mich komplett allein gelassen so schaut's aus er ist schon mal weg das ist doch meine Leute oder nicht ja grün grüße alles im grünen Bereich verstehen nicht tut das Problem ist er hofft da und denkt man sieht ihn nicht und man trifft ihn auch nicht ich treffe ihn wirklich nicht so noch einen neuen Schuss und da hinten hockt einer und wir haben noch ganz will ich leben was ist hier los und von dem wir leben brauchen wir was zu essen verlieren warum auch immer vielleicht blut wir verbinden oder 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 wenn er wirklich bluten ich weiß nicht und das ist leer was ist hier los wo kommt der Herr das ist doch zugegeben wir die Badage übrig gelassen und wir bluten immer noch was soll das das ist doch wird der freund oder feind aber hier ist er wohl oder ist er tot ich hoffe er ist tot aber er ich schieße einfach mal drauf und wir bluten schon wieder wir brauchen unbedingt eine Bandage Aua was macht er denn und wir haben die Pflanze aber er ist trotzdem tot oder das wird so nix ich glaube unsere Verbündeten sind tot und wir verbluten das sah doch so gut aus jawoll wir brauchen jetzt mal was zu verbinden dann sind wir am Arsch dann sind wir sofort am Arsch und wir sind am Arsch und wir sind am Arsch das gibt's doch gar nicht wir werden hier den ersten Part bis gleich die die am Arsch und wir sind Vielen Dank.